Hallihallo! Eine coole Aktion bei Smith's Toys und es ist ein bisschen eskaliert. Ich muss dazu sagen, die Aktion mit ab Einkauf 50 Euro, 10 Euro Rabatt ist einfach mega. Da lohnt es sich dann richtig, dass man sich Sets holt, die man haben möchte. Ich werde jetzt mal herzeigen, was ich mir so geholt habe. Und zwar fangen wir mal mit diesem hier an. Und zwar das LEGO Set 71437 der Browser Express Zug. Ursprünglich kostet das Set, also UVP, 119,99 Euro, ist reduziert bei Smith's Toys auf 93,99 Euro und mit der Aktion habe ich bezahlt 83,99 Euro. Das sind dann ca. 30% Rabatt und da kann man es schon mal mitnehmen. Ich werde dann auch wieder zu jedem Set, was ich gekauft habe und jetzt herzeige, ein Video dazu machen. Insbesondere bei diesem Set wird es interessant, weil ich aktuell geplant habe, dass ich hier die Reifen gegen Zugreifen austausche mit Magnetverbindung und ich überlege mir noch, wie ich da den Motor verbaue dazu. Ich muss sagen, das Design von dem Zug selber gefällt mir eigentlich relativ gut und deswegen würde ich ihn dann auch gerne in der LEGO City fahren lassen. Kommen wir zum nächsten Set. Beim LEGO LKW, der ist ja bei Smith's Toys exklusiv und ansonsten nur bei LEGO direkt zu bekommen, habe ich lang überlegt und gewartet auf Rabatte, sind aber keine gekommen. Deswegen jetzt bei 10 Euro Rabatt bis in 10% Rabatt insgesamt kann man mitnehmen. Ist auch ein mega cooles Set, finde ich zum Beispiel, weil der Truck ist sehr gelungen, er schaut schön aus und einen LEGO Truck daheim haben ist einfach genial. Dann noch etwas kleines zu spielen und zwar der Ferrari. Ich habe ihn dann in Kombination mit dem neuen Luigi genommen und beim Luigi ist es zum Beispiel so, 49,99€ der Preis ist in Aktion 40,99€ und der Ferrari ist statt 26,99€ bei 20,99€ gewesen. Weil ich in Kombination mit diesen beiden Sets auf über 50€ war, habe ich eben dann die 10€ Rabatt bekommen und so hat mir der Ferrari so 15,99€ gekostet und der Luigi 35,99€ und das ist schon ganz okay. Ich habe ja auch schon einmal zu Super Mario ein River Video gemacht und habe eben da auch noch die Prinzessin zu Hause zweimal den Super Mario von Konvoluten gehabt. Jetzt wollte mein Sohn unbedingt einen Luigi haben, aber natürlich wegen neuer Funktionen zum Testen etc. den neuen Luigi. und deswegen haben wir da gleich die Gunst der Stunde genutzt und den genommen. Da wird dann auch noch ein Video kommen, wo ich in Luigi mit dem Super Mario vergleiche, dass man ein bisschen auch den Unterschied erkennt. Und zu guter Letzt, ein Jurassic World Set, hat eine UVP von 64,99€, ist reduziert auf 51,99€, somit ist es in der Aktion drinnen, hat mir dann auch noch 10€ Rabatt gebracht und das ist circa ein Rabatt von, kann man sagen 35%. Und für 41,99€ kann man das auf jeden Fall mitnehmen, weil in Stegosaurus zum Beispiel finde ich richtig richtig schön gemacht. Kleiner Funfact dazu, im Video wo ich das Set vorstelle, kann ich euch dann aus dem Jahr 2000 einen uralten Stegosaurus zeigen. Weil der war einmal in einem Konvolut dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch bei Stegosaurus die Aktion genutzt habt, wie ihr die Sets findet, die ich mir geholt habe, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis bald! Bis bald! Bis bald!